Sag mal, kann man hier drin rauchen? Oh, ich höre was. Ja, ich bin da. Hallo? Jetzt seid ihr wieder weg. Soll ich? Ich verstehe kein Wort. Aber das ist ja hier an dem Theater üblich. Gut, also ich fange jetzt hier an. Okay? Alles klar? Ich fange jetzt an. Anna Segers Transit. Ein kleiner alter Mann setzte sich zu mir. Er fragte mich mit einem Blick auf den Handkoffer, für welches Land ich ein Visum hätte. Er fragte nicht etwa, wohin ich fahren wollte, sondern für welches Land ich ein Visum hätte. Darauf erwiderte ich, ich hätte kein Visum und keine Absicht, eines zu erwerben. Ich wollte bleiben. Sie dürfen nie bleiben ohne Visum. Ich verstand seinen Ausruf nicht. Ich hatte schon einmal einen Kontrakt besessen. Auf den Kontrakt ein Visum, auf das Visum das Transit. Die Gewährung des Visas de Sorte habe aber so lange gedauert, dass ihm inzwischen das Transit erloschen sei. Darauf das Visum, darauf der Kontrakt. Letzte Woche habe man ihm das Visat de Sorte gewährt. Er warte jetzt Tag und Nacht auf die Verlängerung des Kontraktes, die ja dann ihrerseits die Verlängerung seines Visums bedinge. Die aber sei die Vorbedingung für die Gewährung des neuen Transits. Gut, sagte ich, warum lässt man die Leute nicht durchziehen nach ihren neuen Wohnstätten? Weil sich alle Länder fürchten, dass wir statt durchzuziehen, bleiben wollen. Aber nehmen wir an, durch irgendeinen Glücksfall erhalten sie ein Visum. Da sind sie einen Augenblick glücklich. Doch sehr rasch merken sie, dass damit gar nichts getan ist. Sie haben ein Ziel, das ist wenig. Sie fahren durch Meere, durch Zwischenländer. Sie brauchen ein Transit. Das braucht ihren Schafsinn. Ihre Zeit. Sie ahnen noch nicht, wie viel Zeit. Sie denken und denken immer nur an ihr Ziel. Sie müssen aber ihr Ziel eine Zeit lang vergessen. Denn jetzt gelten nur noch die Zwischenländer. Sonst wird aus der Abfahrt nichts. Jetzt gilt es, den Konsulen klarzumachen, dass es ihnen ernst ist. Dass sie nicht bleiben wollen. Und dafür gibt es Beweise. Jeder Konsul verlangt sie. Nun, nehmen wir einmal an, ihr Schiffsplatz, die Fahrt als solche sei gesichert, sie können sich irgendwie einschiffen. Dann glauben sie ja nicht, dass damit ihr Transit schon sicher sei. Und selbst wenn es sicher wäre, inzwischen ist so viel Zeit vergangen, dass wieder das erste, das Hauptziel entschwunden ist. Dein Visum ist abgelaufen. Und wie auch das Transit notwendig war, es ist wieder gar nichts ohne das Visum. Und so immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Aber wir wollten ja träumen. Gemeinsam. Also stellen wir uns vor, du hast es erreicht. Dein Visum, dein Transit, dein Visa de Sauté. Hey, du bist reisefertig. Du hast dein Leben hinter dich geworfen. Du willst endgültig an Bord gehen. Ich sprach gestern an einen jungen Mann. So alt wie du. Der hatte alles. Alles. Doch als er an Bord gehen wollte, verweigerte ihm das Hafenamt, den letzten Stempel. Warum? Er war aus einem Lager geflohen, als die Deutschen kamen. Er hatte keinen Entlassungsschein. Alles umsonst. fueron Cage. Ich glaube ich. Ich bin. Ich blannte Fred.